Ich glaube tatsächlich, die Rechten wären höflicher als die Walkies. Warum ist das eigentlich so? Weil die Rechten halt eine eher zurückgedrängte Gruppe sind. Die Walkies, die haben ja kulturelle Hegemonie. Also nehmen wir mal einen Martin Sellner. Der mag vielleicht Ideologie haben, die wir beide nicht teilen, aber der ist im direkten Gespräch sehr höflich. Also, weil er es sich nicht leisten kann, rumzuschreien wie ein Neonazi ist. Das kann er sich nicht leisten. Also, der braucht ja nur bei einer Bank aufkreuzen mit seinem Namen und wenn man dann ein Konto eröffnet, ist es ihm schon wieder gekündigt. Er wird in keine Talkshow eingeladen, jeder YouTube-Kanal wird ihm sofort gesperrt. Also, der hat ja keine, der hat gar nicht die Möglichkeit, wenn er seine Ideologie irgendwie in der Mitte der Gesellschaft tragen will, dass er dann unhöflich oder ausfeind wird. Also, ich würde sagen, das hat tatsächlich strategische Gründe. Und das hängt natürlich mit dieser Walkie-Ideologie an. Die zieht Leute an, die dieses tribalistische Denken wirklich vollständig verinnerlicht haben. Also, die zieht wirklich ja, Leute wie Dekalent, wie Dara, wie Naitan, wie Seth, solche Leute, zieht diese Walkie-Ideologie einfach magisch an anscheinend. Also, alle basierteren Linken, die da zwischenzeitlich mal hinkommen, die distanzieren sich ja relativ schnell wieder davon. Also, Erwin, der hat das ja nicht mehr ausgehalten, dass ihm die ganze Zeit der Mund verboten wurde. Oder, dass er halt sich nicht für Frieden aussprechen durfte. Was ich daran übrigens sehr interessant finde, ist, ich hab jetzt halt, seit ich mit der ganzen Sache angefangen hab, hab ich teilweise sogar E-Mails bekommen von Zuschauern, die bei Dara oder bei Naitan und so weiter halt einfach Zuschauer sind. Die da halt in dieser Bubble sind. Und was ich da gelesen hab, ist halt teilweise echt krass, weil es halt teilweise auch darum ging, also, ich hab Discord-PNs bekommen, ich hab teilweise auf Twitch, äh, Twitch sag ich schon, auf, ähm, auf Twitter und auch auf Twitch tatsächlich und per E-Mail, ähm, dass die Leute halt teilweise einfach auch Angst haben, da mehr oder weniger auch sich zu äußern. Also, das fand ich schon auch ein bisschen extra, also ein bisschen traurig irgendwie. Obwohl, ich hatte dir gerade, sorry, dass ich dir nur halb zugehört hatte, ich hatte gerade den Brotfunk im Chat gesehen, die machen gerade ganz miese Eigenwerbung. Geschriebene Geschichte ist auch im Chat, aber der ist so freundlich, das nicht zu machen. Kein Spaß, ihr könnt sowohl Brotfunk als auch, ähm, Geschriebene Geschichte, ähm, abonnieren. Die Vernünftigen auf Twitch, die müssen wachsen. Vor allem bei Geschriebene Geschichte, der macht ja was komplett anderes als die meisten Kanäle. Das ist ja auch besonders wertvoll. Ähm, nee, dass sie Angst haben, sich zu äußern und sich dann bei dir melden, warum sind die dann in der Bubble? Hab ich nicht nachgefragt. Das kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht, weil sie sich dort irgendwie doch noch sicherer fühlen oder weil es für sie vielleicht bisher keinen wirklichen anderen Aus, also keinen anderen Fluchtort gab, möglicherweise. Ich weiß ja, ich kann jetzt wirklich nur mutmaßen. Ich kann jetzt gerade nur mutmaßen. Ich kann dir nur sagen, ich hab halt Nachrichten bekommen, die halt einfach gesagt haben, hey, cool, dass jetzt mal so jemand einfach auch ein bisschen mit einer gemäßigten Art an die Leute rantritt, sich rantraut und haben halt da so ein bisschen erzählt, ja, das ist halt bei uns halt aber hier schwierig. Da traut man sich eher nicht, was zu sagen. Ähm, ja. Wäre natürlich jetzt auch interessant. Ich hab auch schon echt überlegt, zu fragen, ob man das vielleicht, also ob ich das irgendwie öffentlich machen darf, aber ich hab mich jetzt eher dagegen entschieden, weil ich die Leute auch irgendwie nicht in Gefahr bringe. Also was heißt Gefahr, ist nicht das richtige Wort, aber ich will ihnen jetzt nicht ihr Leben noch komplizierter machen. müssen halt die Leute selber entscheiden. Also das ist halt eine Entscheidung, die müssen sie selber für sich treffen. Aber, wieso melden die sich eigentlich bei dir? Das weiß ich nicht. Also auch das, ich kann da auch nur mutmaßen. Vielleicht ist das einfach eine Art von, ich weiß nicht, eine Art von Versuch, einen neuen Weg zu finden. Ich weiß nicht, ich kann jetzt hier wirklich nur mutmaßen. Ich kann dir nur sagen, dass das halt jetzt auch in letzter Zeit immer wieder vermehrt passiert, dass ich eigentlich einmal täglich mindestens drei bis vier Nachrichten bekomme, wo ich halt relativ schnell merke, woher die kommen. Also gerade, wenn die dann sagen, ja, ich bin eine Transperson zum Beispiel oder ich bin queer und ich komm von da und ich find's stark, was du machst, aber ich kann mich da drin, also in den Bubbles so nicht äußern. Ja, ich bin eine Transperson. Oder ich bin queer. Ja, was ist das? Also ganz ehrlich. Ich glaube, ich weiß schon, warum die sich bei dir und nicht bei mir melden. Also der erste Gedanke, den ich hätte, wenn sie sich mir so vorstellt, ey, ja, was interessiert mich das, welches die Klechtsidentität du hast oder welche Sozialpraktiken du in deinem Bett ausübst, das ist mir doch egal. Aber ich weiß schon, warum die sich bei dir melden. Was denkst du? Warum? Ich hab's auch gerade gesagt, ich würde mir denken, was interessieren mich solche Informationen? Und das wissen die auch schon, oder? Sonst in der Twitter-Bio, also das finde ich ja unfassbar nervig, oder psychische Erkrankungen, das finde ich ja noch schlimmer. Da wird man mit irgendwelchen privaten Details, die einen nicht interessieren, belästigt von diesen Leuten. So ganz, ja, einfach, weil sie sich dann als Mitglied irgendeiner Walken-Opfer-Gruppe identifizieren können. Ich finde sowas aufdringlich, ich finde dieses Rumgeopfer, ich finde sowas nicht gut. Alleine deswegen... Wobei, also ich würde sagen, so wirklich aufdrängen tun sie ja nicht. Also es ist ja keiner verpflichtet, zum Beispiel deren Bio zu lesen oder ähnliches. Also ich würde jetzt schon unterscheiden, also ich finde das schon okay. Ich sehe das irgendwo auch als eine Art von gesellschaftlichen Zusammenkommen, so eine Art von Sensibilisierung, die auch stattfinden sollte, denke ich mal. Also ich denke auch nicht, das wird ewig so sein, aber ich denke, dass wir halt auch in einer Art von, also wir müssen ja auch diesen Übergang, sag ich mal, irgendwo einläuten. Dass eine Sensibilisierung stattfindet, vor allem für die Nachgeneration. Also nur immer akriere Menschen. Also wo sind die denn, wo haben Homosexuelle ein Recht nicht, was normale Menschen haben? Also ich selber habe ja, also ich selber bin ja nicht in dieser Problematik drin, aber jetzt so eins, was mir aus dem Stehgraf einfallen würde, ist halt zum Beispiel das mit der Ehe. Das ist ja teilweise auch ein bisschen problematisch. Oder mit Adoption zum Beispiel. Doch, das gibt es. Das ist ab 2017 kein Problem mehr. Aber ich glaube, es geht da viel mehr darum, wie sie halt einfach auch gesellschaftlich gesehen werden. gesellschaftlich gesehen. Die Frage ist jetzt, inwieweit bildet man sich das ein oder inwieweit wird einem da was eingeredet und ja, inwieweit schafft man somit Probleme, wo keine sind. Also auch immer dieses Sprechen von marginalisierten Gruppen. Also ich habe das Gefühl, dass beispielsweise Homosexuelle oder auch Transpersonen, also okay, bei Transpersonen, das habe ich, okay, sage ich jetzt mal nichts zu, die habe ich in meinem Bekanntenkreis jetzt nicht, aber Homosexuelle, die werden meiner Erfahrung nach Deutschland nicht diskriminiert oder so. Also da gibt es auch keine Feindseligkeit in der Gesellschaft gegenüber solchen Leuten. Das ist einfach nicht der Fall. Aber würdest du dann sagen, wenn sie das selber sagen und von ihren Erfahrungen sprechen, dass sie dann lügen? Nein. Was heißt von ihren Erfahrungen? Also was heißt von, also wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung. Ja, also ich zum Beispiel bin ja Grieche, ich habe ja auch Diskriminierung erlebt, was ja auch fast ein bisschen komisch ist, Grieche vielleicht nicht so schlimm, aber ich habe das ja auf jeden Fall schon selber erlebt. Also ich kann dir nur sagen, wie ich damit jetzt generell umgehe, wenn Menschen auf mich zukommen, dann sehe ich erst mal keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Ich gehe auf Menschen grundsätzlich immer mit einem Vertrauen erst mal ran und ich sage mal, bei mir wird das Vertrauen eher gebrochen, als dass es umgedreht ist, dass das Vertrauen quasi erst gar nicht da ist und es wird erst aufgebaut. Ja, was heißt nicht zu glauben? Also nur weil du, ja okay, wenn du von irgendwelchen Erfahrungen berichtest jetzt im privaten Gespräch, dann ist es das eine. Aber wenn du da jetzt so ein gesamtgesellschaftliches Problem konstruieren willst, die Gesellschaft ist strukturell rassistisch oder so. Nee, das sage ich nicht, das sage ich ja nicht. Also soweit gehe ich ja auch in der Thematik nicht. Das ist ja ein Unterschied, ob du damit eine ganze Ideologie rechtfertigen willst oder beispielsweise die Brandenquoten einführen willst. Das funktioniert ja nicht. Also wenn du Erfahrungen gemacht hast, dann will ich dir das natürlich nicht absprechen. Ich würde sagen, viele Probleme, die sind eben kleiner, als sie häufig gemacht werden. Also ich sage ja damit genau das, es geht ja nicht darum, immer alles in einem größeren Maß zu sehen, sondern, und das ist ja das, was ich auch gerade meinte, also ich habe das wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt, so die Leute kommen zu mir und ich sage jetzt mal öffnen sich mir, weil ich halt mich mit der Person beschäftige und nicht daraus direkt ein Konstrukt mache. Also das ist ja so der Punkt, was ich ja auch meinte, dass es ja auch um den Menschen gehen sollte, nicht immer direkt, na immer so ein Konstrukt draus machen. Also man sollte, glaube ich, ich habe so das Gefühl, man politisiert auch heutzutage viel zu viel. Alles wird irgendwie gefühlt politisiert. Man sagt irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich kränklich, dann wird daraus teilweise dann Schluss gefolgert, dass wir, dass wir dann irgendwie auch wieder versucht, irgendwie politisiert zu werden, dass alle irgendwie momentan, na was auch immer, ist jetzt nur ein Beispiel gewesen und das ist vielleicht auch, also ich bin halt der Meinung, wir brauchen auch Menschen, die natürlich politisiert denken und politisch sind und Politik betreiben, also auch in dem wirtschaftlichen Sinne, jetzt sage ich mal, aber ich denke, wir brauchen halt auch Menschen, die sich halt immer noch mit dem Einzelnen beschäftigen und ich sehe mich halt eher da. Ich bin nicht der, der politisch gut ist. Das merkt man ja auch an dem Gespräch. Ich meine, dass wir jetzt zum Beispiel auch unser Gespräch haben, liegt ja auch daran, dass wir uns ja in dem Sinne auch mal näher kommen wollen, dass auch da Ansichten zusammenkommen wollen, aber ich bin auf jeden Fall nicht gut darin, so Dinge so großpolitisch zu betrachten, sondern ich sehe eher so den einzelnen Mensch. Weißt du, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch richtig, das sehe ich auch so. Also ich würde auch, wie gesagt, von so einzelnen Erfahrungen nicht gleich ein politisches Programm, also ich halte von diesem identitären Politikverständnis auch nichts. Also deswegen, für mich sind alle Menschen gleich, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben und das ist meiner Meinung nach der Fall. Und die Walkers, die reißen das so ein bisschen nieder, wenn sie jetzt diese identitären Konstrukte die ganze Zeit aufmachen und Sachen thematisieren, die eigentlich gesellschaftlich schon geklärt waren. Also dass Transfeindlichkeit nicht geht, dass Homosexuellen Feindlichkeit nicht geht, dass Ausländerfeindlichkeit und bei Ausländerfeindlichkeit da gibt es tatsächlich, da würde ich nur sagen, gibt es wahrscheinlich das größte Problem. Aber auch das, auch das ist ja in der Gesellschaft nicht Konsens. Auch das ist ja etwas, das äußert man vielleicht unter der Hand, also größtenteils. Also auch das ist ja etwas, was eher verpönt ist. Ja. Was halt aber auch sehr interessant ist, was ja auch momentan immer sehr oft, vielleicht kann man jetzt auch wieder sagen, so von Daras und so weiter, wo halt oft mal so diese Unterstellung kommt, du darfst ja gefühlt auch mit niemandem mehr reden, wenn man nicht dieselbe Einstellung hat. Schau mal, wir zum Beispiel jetzt, wir können jetzt miteinander nicht sprechen, also laut einem Darer oder Naitan zum Beispiel, dürften wir miteinander niemals reden, weil das, was du sagst, ist dann automatisch auch, was ich vertrete angeblich oder ich würde dadurch irgendwie jemanden in Bühne machen oder sonst irgendwas. Also weißt du, was ich meine? Ich finde das auch schade. Du hast das vielleicht verstanden, was Darer gesagt hat. Sein Problem ist nicht, dass du mit jemandem redest, der andere Meinung als du hat. Daras Problem ist, dass du mit Leuten redest, die eine andere Meinung als Darer haben und du dabei selbst noch eine andere Meinung als Darer vertrittst. Also das geht gar nicht. Also ich habe demnach keine eigene Meinung eigentlich. Also es ist jetzt nicht möglich, dass wir zum Beispiel miteinander reden und laut seiner Auffassung quasi wandern jetzt deine Informationen einfach in meinen Kopf und danach sage ich einfach genau das, was du gesagt hast. So NPC-artig fast schon. Ja, du musst das sagen, was Darer sagt, dann ist er zufrieden. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen. Also wie gesagt, so kompliziert ist diese Walkie-Ideologie nicht. Ich habe mir das ja alles, was ich vorhin erzählt habe, auch nicht angelesen, sondern im Umgang mit solchen netten Menschen wie Darer, Dekadent und so weiter mir selber geschlüsselt folgert. Weil das ja schon ziemlich klare politische Taktiken sind. Ich würde diesen Menschen nämlich auf erst einmal Rationalität unterstellen, also unterstellen, dass sie genau wissen, was sie hier tun, dass sie genau wissen, was für eine Ideologie sie haben und ja, dann die entsprechenden Schlussfolgerungen davon abgeleitet. Wie bist du eigentlich auf diese Bubble aufmerksam geworden? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast dich mit Philosophie beschäftigt. Wie bist du dann auf die Walkies gekommen? Damals, Marx, sind die in meinen Chat gekommen und haben mich da zum Feindbild ernannt. Da kamen sehr viele Schwurbler herein, die wollten mir den Kommunismus aufdrehen. Plötzlich war ich, also Schwurbler und die wollten mir den Kommunismus aufdrehen, also getrennt. Also das war so Was heißt aufdrehen? Also waren das Kommunisten oder? Ja genau, also die waren sehr, also sehr, sehr stark für Kommunismus und ist sehr wild. Also die Erinnerungen sind, ich muss sagen, glücklicherweise auch inzwischen sehr verschwommen. Ich bin froh, dass ich das mir nicht mehr gemerkt habe. War auf jeden Fall eine sehr wilde Phase und das war so der erste Berührungspunkt eigentlich, weil die dann halt auch wochenweise immer wieder hergekommen sind, die wollten immer wieder ein bisschen rumdrollen, ein bisschen rumbeleidigen, musste relativ viel auch blocken zu der Zeit, hat sich aber dann irgendwann beruhigt. Was waren das für komische Kommunisten? Also ich hatte auf meinem Kanal einen Kommunisten zu Gast, Fabian Leer, der war total, total lieb. Also mit dem konnte man gut, mit dem konnte man gut, gut reden. Ja, bei mir war das so, da ich halt im Prinzip auch also ich kann, wie gesagt, ich kann das jetzt sehr schwer wiedergeben, es ist sehr verschwommen, aber es ging irgendwie darum, dass ich irgendwie den Kapitalismus auch mitgenannt habe und dass ich irgendwie auch meinte, wir haben ja nicht einen hundertprozentigen Kapitalismus und irgendwie waren das halt alles so Aussagen, die halt maximal getriggert haben. Ja, wir haben halt Kapitalismus, also. Ja, aber er hat ja auch soziale Aspekte, er ist ja nicht hundertprozent, er ist ja nicht hundertprozent kapitalistisch. Was ist hundert, also es gab nie einen Kapitalismus ohne Staat, also wenn du das meinst, das ist sowieso ein Wunschtraum von Libertären, der niemals Realität werden kann, also es braucht ja einen Staat, der die Eigentumsverhältnisse garantiert. Ja, aber es ging aber noch weiter, es ging ja dann auch irgendwie so weiter, dass man mir dann auch sagen wollte, dass eben der Kommunismus wurde eigentlich nie wirklich probiert, das war ja auch so dieser Punkt dann eben und den gab es eigentlich nie. Ja, und ich, also ich muss auch sagen, und ich glaube, das war der Hauptpunkt, warum sie getriggert waren, weil ich halt der Auffassung war und wahrscheinlich auch immer noch bin, dass halt der Kommunismus wahrscheinlich nicht gut funktionieren würde oder vielleicht auch gar nicht. Und ja, da war ich halt rund durch. Du solltest vielleicht mal einen Kommunisten einladen. Mit dem könntest du das dann debattieren. Ja. Also ich kann dir jetzt leider keine Gegenrede geben schon wieder. Es ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal einer Meinung ist, aber bestimmt Fabian Lehr, mit dem hatte ich auf meinem Kanal ja darüber debattiert, ob man Kommunismus einführen sollte oder also ob der Kommunismus eine gute Idee ist. Ja, wie gesagt, also letztlich, ich kann halt nicht viel zu sagen, aber es ist halt immer so der Punkt, so dieser, also jetzt um nochmal vielleicht die Geschichte zu Ende zu erzählen, so da war halt diese, sag ich mal politische Teil war dann vorbei, dann lange Zeit habe ich halt nur Reactions gemacht, also lockeren Content und dann hat halt diese Churyoka-Sache angefangen. Auf die Churyoka-Sache habe ich halt öfters mal reagiert. Ja. Warten wir mal kurz, du kannst gleich weiter erzählen, Imp hat gerade in den Chat geschrieben, sie haben recht, dass es den Kommunismus nie gab. Okay, ja, aus dem Eigenverständnis der Sowjetunion heraus waren das noch keine beziehungsweise reale sozialistischen Staaten, waren das sozialistische Staaten, die auf dem Bug eine kommunistische Gesellschaft waren, also wenn du die Kommunismus-Definition anwendest, Kommunismus ist dann letztlich eine klassenlose Gesellschaft, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, dann, ja, gab es einen Kommunismus noch nie, auch nach dem Verständnis von Staaten der Sowjetunion, die sich ja nicht kommunistisch genannt haben. Marx hat den Begriff Kommunismus ein bisschen anders verwendet, also gab es in den reale sozialistischen Staaten auch eine Begriffsentwicklung, wie es in allen Begriffen in der Historie immer eine Begriffsentwicklung gibt, also wenn du es anwendest, die dann zum Schluss nach dem Zweiten Weltkrieg in den realsozialistischen Staaten verwendet wurde, dann gab es noch keinen Kommunismus, sondern dann gab es nur Sozialismus. Ich sollte übrigens sagen, du wurdest von Imp geradet. Oh, dankeschön, deswegen war der im Chat. Oh, ich sehe, 586 Zuschauer, seid gegrüßt. Mensch. Wurde ausgerichtet, Chat. Sowjetunion war und China ist Staatskapitalismus? Nein, das stimmt so nicht. Also die Sowjetunion, die war, beziehungsweise kommt jetzt darauf an, wie man Staatskapitalismus definiert, als Sowjetunion war eine sozialistische Planwirtschaft. Jetzt kann man sagen, ach, die Rolle der Kapitalisten wurde doch nur durch die Parteibürokratie eingenommen, sehe ich nicht so die Parteibürokratie, das waren abhängige Staatsbedienstete, das waren keine Kapitalisten, die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel hatten. Und China aktuell, nee, China ist einfach ein ganz normales kapitalistisches Land. Also China hat einen freien Markt, da meisten Preise werden am Markt gebildet, die meisten Unternehmen sind in privater Hand. Es gibt staatliche Unternehmen, es gibt staatlichen Eingriff in die Wirtschaft, es gibt staatlichen Wohnungsbau, es gibt staatliches Eisenbahnnetz, es gibt spriegte Preisregulierung in einigen Bereichen und wichtige Preise werden in China sehr viel restriktiver gehandhabt, beispielsweise der Wechselkurs als in vielen westlichen Staaten. Aber das ist etwas, was wir im Kapitalismus im Westen in den 70er Jahren auch schon mal hatten und womit der Kapitalismus hier sehr viel besser funktioniert hat. China macht gerade eine gute Wirtschaftspolitik, von der wir uns einiges abschauen könnten. Aber du warst ja gerade zu, sorry. Nee, alles gut, alles gut. Entschuldigung. Nee, du warst gerade bei Shuyoka. Ich wollte, sorry, dass ich da jetzt so reingefahren war. Ich hatte gerade im Chat gelesen, gar nicht gesehen. Nee, nee, das ist vollkommen okay. Wir streamen ja beide, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja okay. Das passiert ja auf meiner Seite vielleicht auch noch. Um. Um.